Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Für einige Lehrkräfte sind es tolle vier bis fünf Tage. Andere wiederum sind froh, wenn die Zeit endlich vorbei ist und die Ruhe wieder im eigenen Bett schlafen zu können, ohne alle fünf Minuten von einem anderen Kind geweckt zu werden. Bei einer Durchschnittsklassenstärke von 24 Kindern wären das in etwa, wenn jedes Kind einmal ankommt, manchmal kommen sie ja nachts ja häufiger oder länger, dann wären das in Summe knapp 120 Minuten. Also zwei Stunden Schlaf, die einem Pädagogen fehlen. Das mal, ich sage, vier Klassenfahrtstage sind dann schon 480 Minuten, also acht Stunden. Da kommt eine Menge zusammen. Klassenfahrten, so schön sie auch in der Vergangenheit waren, zehren aber auch an den Nerven der Betreuer. Kleiner Tipp an Referendare und Junglehrer, nehmt euch das Wochenende nach der Klassenfahrt mal eher nix vor, du bist einfach nur blatt und schläfst durch. Wenn man aber einen gesunden Schlaf hat, so wie ich, dann sind Klassenfahrten aber eigentlich sehr entspannt. Also für mich, für meine Kollegin aber leider absolut nicht. Und nach der letzten Klassenfahrt, mit ihr, es war übrigens auch die erste, kam dann der Satz, als wir uns morgens am Frühstückstisch gut gelaunt, also ich war gut gelaunt, trafen, mit dir fahre ich nie wieder auf Klassenfahrt. Dann lass uns mal in die heutige Folge starten. Lehn dich zurück, schnapp dir einen Kaffee oder Tee, starr an die Wand oder mach die Augen zu, Hauptsache du hast es gemütlich. Los geht's! Folge 12 Mit dir fahre ich nie wieder auf Klassenfahrt. Ich genieße es immer, wenn ich mit Klassen auf Klassenfahrten unterwegs bin, egal ob es sich dabei um die eigene oder eine andere Klasse handelt, wenn man als Begleitperson mitfahren kann. In den Tagen, wo man mit den Kindern unterwegs ist, lernt man diese und auch zum Teil die Kollegen noch einmal von einer ganz anderen, privateren Seite kennen. Man entdeckt Macken und auch Talente, die so vorher gar nicht ersichtlich wurden. Oft waren es die Abschlussfahrten der vierten Klassen, die diese Tage so besonders gemacht haben. Ein paar Tage weg von den Eltern, mit den Freunden sich ein Zimmer teilen, Nachtwanderung, Grillen, einfach mal spielen und Kind sein können. Letzteres können tatsächlich leider nicht immer alle Kinder und gerade bei diesen, die es im Alltag doch eher schwer haben, ist es toll zu sehen, wie die aufblühen, wenn sie mal rauskommen aus ihrem gewohnten Kreis. So eine Klassenfahrt steht wieder an. Mit insgesamt drei Klassen, also rund 70 Schülern und vier Kollegen und Kolleginnen sind wir also unterwegs. Meine Teampartnerin fährt mit uns, anderen zum ersten Mal mit und so viel vorweg mit mir das letzte Mal. Nach einer etwas längeren Busfahrt kommen wir also in unsere Unterkunft an und alle sind schon mega aufgeregt, wie es denn nun weitergeht. Beziehungsweise, was denn jetzt so ansteht. Natürlich die Zimmerbelegung interessiert jeden brennend. Wer hat das coolste Zimmer? Wer das aufgeräumteste? Es wird schon heiß diskutiert, wer die beste Gruppe ist. Also die Kids haben schon keine Gedanken mehr an zu Hause. Und an dieser Stelle einen lieben Gruß an die Eltern. Sie glauben gar nicht, wie schnell ihre Kids die Gedanken an zu Hause verlieren können. Bei einigen ist das schon mit dem Verschließen der Bustür geschehen. Zack, wer sind meine Eltern? Kenne ich nicht. Der erste Nachmittag steht zur freien Verfügung. Das heißt, die Gegend wird erkundet, was wiederum heißt, die Jungen spielen Fußball und die Mädels sind im Zimmer und quatschen. Leider muss ich dieses Rollenklischee aufnehmen, weil es einfach so ist. Wir treffen uns etwas später am Abend zum Abendessen wieder im großen Saal. Es werden Tischdienste verteilt und es wird natürlich zu Abend gegessen. Nach dem Essen gibt es dann den ersten Programmpunkt. Eine Spiele-Olympiade, um die Kids etwas auszupauen, damit sie später doch gut ein- und überhaupt schlafen können. Das gelingt auch soweit alles ganz gut. Irgendwann, so etwa gegen 22 Uhr, geht es dann auch mal so langsam ins Bett. Auf dem Flur vor den Zimmern werden noch Geschichten vorgelesen, etwas gequatscht und dann ist aber auch Zimmerruhe angesagt. Die Klassen halten sich super dran, sodass wir Lehrer und Lehrerinnen uns auch zusammensetzen können. Der nächste Tag muss noch etwas vorbereitet werden und natürlich wird er noch privat ein bisschen gequatscht. Einer von uns Kollegen ist immer auf Habachtstellung, falls jemand mal mit Heimweh oder Schlaflosigkeit ankommt. Aber tatsächlich kommt niemand. Toll. Ein gemütlicher erster Abend geht vorbei und wir hauen uns auch in die leere Kabine und schlafen. Sogar durch. Also ich jedenfalls. Am nächsten Morgen heißt es Frühstück gegen 9 Uhr. Wir Lehrkräfte haben uns aber schon früher im Frühstücksraum verabredet, um in Ruhe den ersten Kaffee trinken zu können. Alle anderen waren schon da. Ich habe etwas gebummelt und stoße sehr gut gelaunt und erholt zur Gruppe hinzu mit den Worten Wow, so gut geschlafen habe ich ja schon lange nicht mehr. Völlige Ruhe bei uns. Keiner kam an. Meine Teampartnerin, die gegenüber auf dem Stuhl sitzt, schaut überhaupt nicht glücklich aus. Die Kaffeetasse klirrt auf dem Untersetzer. Sie schaut mich an, zugegebenermaßen mit ein paar Augenringen und verzerrten Gesicht. Gut geschlafen. Völlige Ruhe. Also ich weiß ja nicht, auf welcher Klassenfahrt du bist. Hier war es aber heute Nacht etwas ganz anders. Was? Wieso? Frage ich nach. Aber von unseren Kids ist doch keiner nachts angekommen, oder? Nein, die kommen es nur darauf. Bei mir standen ihnen nur von 3 bis 6 Uhr fast immer wieder stündlich jemand vor der Tür. Oh, warum waren die denn nicht bei mir? Frage ich fürsorglich nach. Sie waren ja bei dir. Sie haben minutenlang geklopft und gerufen und sich gegenseitig dadurch auf dem Flur wachgemacht. Und was macht der Bäcker? Richtig, der pennt einfach weiter. Das ist mir sichtlich sehr unangenehm, weil ich tatsächlich einen sehr tiefen Schlaf besitze und dann überhaupt nichts mehr mitbekomme. Die ersten Schüler kommen in den Frühstücksraum, natürlich auch aus unserer Klasse, und ein paar können sich einen Kommentar mir gegenüber nicht verkneifen. Na, Herr Becker, gut geschlafen? Anscheinend ja, sie haben uns ja nicht gehört, als wir geklopft haben nachts. Zur gleichen Zeit verspricht er meine Kollegin natürlich auch Spaß. Das war die letzte Klassenfahrt zusammen mit dir, die ich jemals machen werde. Um die Sache aber etwas zu beruhigen, wir haben dann doch noch weitere Fahrten unternommen und Ausflüge durchgezogen. Die Moral von der Geschichte, hast du einen gesunden Schlaf, könnte das für die Teambuilding-Maßnahmen während und nach einer Klassenfahrt mit den Kollegen und Kolleginnen nicht unbedingt förderlich sein. In der nächsten Ausgabe berichte ich darüber, warum die erste Weihnachtsbäckerei in einem völligen Mehlchaos endete. Wir machen dann mal Schluss für heute. Wenn du noch eine kuriose, witzige oder rührende Geschichte hast, dann schreibe gerne eine E-Mail an halloherbecker.at-online.de oder kontaktiere mich über die sozialen Medien. Alle Geschichten bleiben anonym und es werden keine Namen genannt. Ich bin sehr gespannt, was du so zu erzählen hast.